Ich bin Niklas von ehemals Lessing TV und du hast eine Drohne mitgebracht. Erzähl mal, was dein Plan ist. Also die Frau Schütt möchte jetzt hier von allen Waffen, die da an den Schulen sind und von der Eule und dem Adler da drüben aufnahmen und da mache ich einfach noch ein paar Aufnahmen für Lessing TV mit. Sollte 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 Untertitelung des ZDF, 2020